Ich habe mehr Masse, ich nehme mich ein. Komm vorbeifahren und die Vorderradbremse ziehen. Hey, deine Kacke kannst du an deinem Rad lassen. Hallo. Hallo. Ich verstecke gerade. Nein. Natürlich. Ich meine die ganze Zeit. Und nach vorne. Hallo, wir fahren Fahrrad. Ja. 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 Ja, du bremst dich ja selber aus. Hier rechts. Carsten jetzt echt, benimm dich mal hier. Ja, ja. Ich habe was mit. Passt schon. Ja. Ja, ja. 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 Ja, der hat mich schon einmal hingelegt. Voll rutschig. Wow 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 Aaaaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020